Na dann, willkommen zurück, YouTube. Und wir spielen nicht weiter. Sag nicht, ich muss neu... Sag es bitte nicht, es geht von vorn los. Ja, hier ist doch ein wenig traurig. Na, zumindest lädt da was. Gut. Ach, Gott sei Dank, es sind alle da. So. Du warst ein Männchen. Gut, du konntest noch nichts machen. Doch, du warst ein Männchen. Kein Futter vorhanden. Okay. Wer ist doch angreifen? Na. Nee. Das warst du eigentlich mehr, weil jetzt hier nicht mit einer Angst. Schwimmen. Aha. Das war ein kurzer Schnauze. Okay. Schnelles Bein. Ich dachte, ich habe ein körper. Okay. Wer war das? Bist du noch ein Baby? Nö. Was konntest du? Dener. Nuku. Keine Giftresistenz riechen. Wie weit dein Tier rieicht? Okay. Du bist ein Beta. Ah, bist das so? Ah, die hat auch wieder unsere Nahrung zusammen. Ach, du schläfst schon? Okay. Ah, da haben wir ja noch ein Baby gehabt. Früchte sammeln. Okay. Okay, du schläfst? Ah, du bist jetzt dran. Wer warst denn du noch mal? Ich sehe dich gar nicht. Wo bist denn du? Nee, du bist es nicht. Okay. Bist du das? Naja. Okay. Dann nehmen wir dich mal. Du. Okay. Gut. Du konntest was. Du. Äh. Du bist. Ah, du bist Fischer. Das ist sehr gut. Dann kommst du hier hin. Du schläfst schon. Kacke. Du konntest Nüsse knacken. Okay. Was hattest du für Fähigkeiten? Du warst sehr fruchtbar. Okay. Gehst du mal da hin und da hin. Okay, dann pennst du. So. Wollten wir mal gucken, was. Hm. Du warst Knacker. Du warst auch ein Männchen. Hä? Aha. Sonst meut ihr alle gleich. Okay. Ihr konntet. Aha. Du warst ein Männchen. Du. Auch ein Männchen. Habe ich jetzt plötzlich nur noch Kerle hier. Das wäre jetzt doof. Ach nee. Du warst ein Männchen. Du warst auch eins. Hm. Du warst auch ein Kerl. Kann doch nicht sein, dass ich nur noch... Hm. 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 Gut, der Hutu hast auch ein Weibchen. Hm. Du hast mittlere Ohren. Kurzsichtig. Hm. Okay, ups, jetzt. Wer ist denn eigentlich noch Bach? Du. Ah, jetzt schläfst du auch. Äh, okay. Kannst du... Zu jung zum Sammeln. Okay, dann... Noch jemand wach? Gut. Ah, du. Du bist ein Weibchen. Hm. 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 Okay, gut. Jetzt seid ihr alle wach. Du warst ein Kerl. Du bist ein Mädel. Hervorragend. Geräuschlos. Ah. Du warst ein Mädchen. Wie weit dein Tier riecht. Okay, du bist ein Kerl. Du bist auch ein Kerl. Du bist ein Kerl. Ich glaube, ich mache euch mal zu riechern. Ich habe bloß noch Kerl hier. Das ist doch nicht zu erfassen. Mädel. Toll. Ich muss... Mädchen. Du bist ein Kerl. Okay. Gut. Dann dahin. Ich brauche erst mal Mädchen. Muss ich noch ein bisschen weiter nach hinten schieben. Du hast auch ein Mädchen. Was waren deine Fähigkeiten? Tarn... Ah, sehr gute Tarnung. Dörp Schnauze. Ah. Okay. Ah. Du fennst schon. Ah. Ist doof. So. So. Nee, ich muss mit der Aufmerlein mal gucken, was ich da am besten mache. Ist auf jeden Fall ein schönes kurzweiliges Spiel. Oh, mein Hals bringt mich um. Entschuldigung. Ah. So. Okay, aber das lassen wir uns erstmal für heute und gucken uns dann beim nächsten Mal an, wohin wir uns entwickeln wollen. Ja. Auf jeden Fall. Tschüss, Philly. Entschuldigung. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.